Ja, nach langem gibt es mal wieder ein Minecraft Tutorial, weil ich mir gedacht habe, ach, ich mach mal wieder ein Tutorial, wo ich jetzt mal darauf eingehen werde, wie man denn Datenpacks machen kann. Ja, Datenpacks, was ist das? Das sind so komische Dinge, womit man quasi eigene Rezepte, eigene, alles mögliche im Grunde mittlerweile eigentlich zum Spielen suchen kann. Das geht über Dimensionen hinaus, über eigene Gebäude, die generiert werden und was nicht alles kann man da mittlerweile mitmachen. Und genau das will ich jetzt mal zeigen, wie das Ganze denn funktioniert. Deswegen habe ich mir hier einmal so ein Tutorial-Datenpack hier angelegt, da kann ich mal so ein bisschen die Grundlagen erst mal erklären. Ich werde da natürlich ganz viele verschiedene Einzeltutorials nochmal zu den einzelnen Aspekten machen, die ich gerade so aufgelistet habe und noch vielen weiteren, die es darüber hinaus gibt. Aber erst mal hier so ein kurzer Überblick, was es denn da eigentlich zu beachten gibt, wenn man so einen Datenpack anlegen will. Ja, ich habe ja auch so einen Resource-Pack-Ordner erstellt, aber darauf werde ich dann nochmal in einem Extra-Tutorial eingehen. Heute machen wir erst mal nur Datenpacks. Da habe ich nämlich erst mal hier diesen Ordner-Tutorial erstellt. Ihr könnt den Ordner für euer Datenpack gerne nennen, wie ihr wollt. Das ist da relativ egal. Hauptsache ist nur, dass diese zwei Dinger in dem Ordner drin sein müssen. Ihr müsst einmal eine Pack.MacMeter haben, also wenn ich hier mal die Dateinamen-Erweiterung anzeige, dann seht ihr hier Pack.MacMeter. So wird das geschrieben. Die muss da drin sein und es muss hier so ein Data-Ordner drin sein. Ja, was gehört in die Pack.MacMeter rein? Da kommen hier genau zwei Aspekte rein. Das ist erst mal so eine JSON-Datei im Grunde. Ihr habt hier so ihre schweifte Klammern. Das kennen Leute vielleicht, die meine Modding-Tutorials gesehen haben. Und da rein kommt dann hier dieser einzelne Aspekt-Pack, wo ihr dann nochmal so geschweifte Klammern kratzt. Und da müssen da immer zwei Aspekte rein. Nämlich einmal ein Pack-Format, also Pack-Format und einmal Description. Ja, das Pack-Format, was ist das denn, fragt ihr euch sicherlich. Das ist so ein Ding, das liegt im Grunde fest, für welche Version dieses Pack eigentlich gemacht ist. Das müsst ihr euch so vorstellen. Denn in der Version 1.13, wo die Dinger reinkamen, diese Packs, da war das hier noch Pack-Format auf 1 gestellt. Dann irgendwann haben sie mal beschlossen, ach Mensch, die Packs von damals sind ja total veraltet mittlerweile, weil die ganzen Strukturen daraus funktionieren nicht mehr unbedingt. Deswegen haben wir jetzt einfach eine neue Pack-Format-Version und haben das gleich hochgestellt auf 5. Warum auf 5, weil zu dem Zeitpunkt waren Ressourcen-Pakete auf Version 5. Das ist im Grunde der einzige Grund dafür gewesen. Ressourcen-Pakete haben auch die Version 2, 3, 4 auch benutzt irgendwann mal. Aber darauf werde ich dann immer im entsprechenden Video eingehen. Dann in der Version 1.16.2 hat man das nochmal hoch geändert. Auf 6 ist der aktuelle Stand und dann kann man schon mal hier sagen, ab der 1.17 wird dann das Pack-Format auf 7 stehen. Also aktuell, wenn ihr ein aktuelles Pack macht, müsst ihr das auf 6 stellen. Wenn ihr dann später ein Pack macht, das für die 1.17 gemacht ist, dann müsst ihr es auf 7 stellen. Und wenn ihr eins für eine noch höhere Version habt, dann müsst ihr es gegebenenfalls auf etwas noch höheres stellen. Da werde ich dann entsprechend, aber wenn ich Tutorials zu diesen Versionen mache, werde ich dann natürlich auch darauf hinweisen, dass man da die Pack-Version erhöhen muss. Aktuell ist sie auf 6, in der nächsten Version ist sie auf 7. Ja, und nur damit ihr Bescheid wisst, diese Tutorial-Reihe wird jetzt auch vorerst nur auf Version ab 1.16 aus sein. Also ich werde jetzt nicht Sachen erklären, die früher in alten Versionen funktioniert haben. Es kann sein, dass nicht alles funktioniert, was ich hier erkläre, wenn ihr für alte Versionen die Packs macht. Aber damit müsst ihr dann leider leben, weil ich lebe hier nicht in der Vergangenheit. Ich mache hier dann natürlich schon für die aktuelle Version, also aktuell die 1.16. Ja, wie gesagt, das ist das Pack-Format. Die Description, da kann irgendwas rein. Da habe ich jetzt immer so einen Blindtext reingemacht. Das ist einfach eine Beschreibung, die wird dann angezeigt, wenn ihr das Ganze im Spiel irgendwie euch erklären lasst. Dieses Datenpack, was ihr da habt, dann seht ihr da diese Beschreibung. Und mehr ist das auch nicht. Ja, das ist im Grunde das, was in diese Pack-Punkten-Meta muss. Aber das ist ja nur wirklich diese Definitionswerteilung, die muss halt drin sein, damit es funktioniert. Ansonsten wird euer Pack nicht erkannt. Was viel wichtiger ist, ist natürlich der Data-Ordner. Und da seht ihr jetzt erstmal, hier sind zwei Ordner drin. Hier gibt es einmal den Minecraft-Ordner und dann gibt es hier den Tutorial-Ordner. Der Tutorial-Ordner kann in dem Fall heißen, wie ihr möchtet. Das ist einfach, um es darzustellen, es gibt sowohl einen Minecraft-Ordner als auch, ihr könnt auch Custom hier irgendwelche anderen Ordner reinmachen. Ihr könnt da auch prinzipiell noch mehr Ordner reinmachen. Aber das macht, glaube ich, wenig Sinn, in einem Datenpack mehr als den Standard-Ordner zu haben und dann euren eigenen Ordner zu haben. Weil so viel braucht man ja gar nicht. Das ist nur unnötig kompliziert dann. Ja, erstmal gehen wir in den Minecraft-Ordner. Es sei übrigens gesagt, es müssen nicht unbedingt beide Ordner drin sein. Es kann auch sein, dass ihr nur den Tutorial-Ordner oder nur den Minecraft-Ordner drin habt. Aber es ist grundsätzlich so, alles, was in diesen Daten-Ordnern drin ist, die Ordner da sind nicht unbedingt notwendig, damit es funktioniert. Aber ihr könnt sie halt, wenn ihr darin etwas verändern wollt, in dem entsprechenden Ordner, dann müsste der entsprechende Unterordner natürlich vorhanden sein. Alles, wo ihr nix drin ändert, da könnt ihr den Ordner auch weglassen. Ja, erstmal hier im Minecraft-Ordner, auch hier, wie gesagt, jeder dieser Ordner kann prinzipiell weggelassen werden, sofern ihr ihn nicht benutzt. Ja, aber was sind das überhaupt für Ordner, die hier drin sind? Das ist natürlich die größere Frage. Erstmal haben wir den Advanced-Ordner. Ja, Advanced-Ordner sind diese Dinge, quasi, was früher Achievements waren. Das sind heute Advanced-Ordner. Da könnt ihr hier über diesen Ordner, könnt ihr die bestehenden Advanced-Ordner, die es im Spiel gibt, könnt ihr damit verändern. Es gibt, ihr könnt da prinzipiell auch eigene Sachen reinmachen, aber für eigene Sachen ist es empfehlenswert, wenn ihr dann hier euren eigenen Ordner macht. Da sieht nämlich auch, der sieht praktisch genauso aus. Da gibt es ja auch den Advanced-Ordner. Es ist halt so gedacht, Sachen, die in dem Minecraft-Ordner sind, sind Sachen, die im Spiel schon vorhanden sind, die ihr einfach nur verändert. Sachen in eurem eigenen Ordner sind, wo ihr wirklich was eigenes hinzufügt, also wenn ihr ein eigenes Advanced-Ordner hinzufügt, dann kommt das in diesen Ordner. Wenn ihr ein bestehendes Advanced-Ordner ändert, kommt das in diesen Ordner. So ist das im Grunde einfach aufgebaut. Ja. Was haben wir dann als nächstes? Wir haben ja als nächstes dann den Dimension und den Dimension-Type, die nehme ich jetzt mal zusammen, weil sie auch zusammengehören. Das ist, wenn ihr eigenen Dimensionen einfügt, beziehungsweise hier im Minecraft-Ordner ist, wenn ihr da Dimensionen im Spiel verändern werdet. Dann braucht ihr hier in dem Dimension-Ordner, macht ihr halt eure so Dateien rein, die dann die entsprechende Dimension definieren und der Dimension-Type ist nochmal ein bisschen was, um die Dimensionen nochmal allgemeiner zu definieren. Da werde ich dann aber das genauer erklären, wenn wir dann zu den Dimensionen kommen, weil das jetzt so grob zu erklären ist, ist doch ein bisschen komplizierter. Dimensionen einzufügen ist generell relativ komplex hier in Datenpacks, aber es ist möglich. Ja, eigene Dimension habt ihr dann entsprechend in eurem eigenen Ordner, da habt ihr dann auch hier Dimension und Dimension-Type. Die beide sind jedenfalls dafür da, um die eigenen Dimensionen einzufügen. Mehr braucht ihr aktuell auch gar nicht wissen, dazu wie gesagt dann mehr im entsprechenden Video, wo ich dann darauf eingehen werde. Ja, was haben wir da als nächstes, als nächstes haben wir den Ordner Loot-Tables, da werden dann so Sachen verändert, wie was bestimmte Mobs droppen oder was ihr in Dungeon-Kisten findet oder sowas. Das wird hier drin in Loot-Tables verändert, da bin ich auch schon mal in meinen Modding-Tutorials damals drauf eingegangen, auf die Loot-Tables. Aber ja, das ist im Grunde einfach das, was die machen, da könnt ihr dann hier entsprechend die Loot-Tables von Minecraft verändern. Ihr könnt natürlich auch eigene Loot-Tables hier einfügen, aber das jetzt mal so nebenher. Ja, ja, was haben wir dann als nächstes, als nächstes haben wir Recipes, das ist relativ einfach, was da drin ist, da werden halt die Rezepte von, also Crafting-Rezepte werden da drin verändert. Darauf werde ich dann natürlich auch im entsprechenden Video eingehen, auch wenn es relativ ähnlich ist wie im Modding auch. Also da könnt ihr dann prinzipiell auch schon das Modding-Tutorial angucken, da werdet ihr vielleicht auch schon einigermaßen verstehen, wie das Ganze geht. Aber hier jedenfalls, ihr könnt Standard-Rezepte verändern, ihr könnt auch eigene Rezepte hier wieder einfügen. Natürlich hier im entsprechenden Recipes-Ordner, da haben wir ihn, da könnt ihr auch prinzipiell eigene Rezepte einfügen. Ja, was haben wir als nächsten Ordner? Als nächsten Ordner haben wir Tags, Tags sind quasi, wenn man mehrere Blöcke zusammenfügt, also da bin ich glaube ich auch in den Modding-Tutorials schon drauf eingegangen. Das ist quasi, wenn ihr ein Rezept habt, dann könnt ihr da, wenn ihr zum Beispiel irgendwas mit Holz macht, dann könnt ihr einfach so ein Tag machen. Gut, den gibt es in dem Fall schon, den Tag für Holz, wo ihr alle Holzarten reinschreibt und dann könnt ihr diesen Tag in einem Rezept verwenden, anstatt dass ihr das Item da selbst reinschreibt. Bedeutet wiederum, ihr könnt dann quasi jedes Holz untereinander verwenden, wenn ihr irgendwie Stöcke craftet oder sowas, das ist im Grunde was Tags machen. Oder es ist auch dazu zu gebrauchen, wenn man verschiedene Blöcke irgendwie ersetzen will mit irgendeinem Befehl, da kann man die auch machen. Da kommen ja auch noch Unterordner irgendwie rein im Sinne von Items, Blocks, Fluids und was nicht alles. Darauf werde ich dann aber im entsprechenden Video auch eingehen, was diese Unterordner, was es damit auf sich hat. Da bin ich auch schon in dem entsprechenden Modding-Tutorial drauf eingegangen. Das könnt ihr in dem Fall, das ist glaube ich wirklich ziemlich identisch. Aber ich denke, ich werde es auch nochmal im Zusammenhang mit Datenpacks, werde ich es auch nochmal ein Video dazu machen. Für den Fall, dass es da Interesse gibt, das wird dann aber eher später kommen, weil es wie gesagt im Modding-Tutorial schon vorkamen, mehr oder weniger alles, was da reinkommt. Ja und dann haben wir noch Worldgen, das ist dann im Grunde Biome, die irgendwo erzeugt werden oder irgendwelche Bauwerke oder was nicht alles. Die kommen dann, das wird dann hier drin alles definiert. Da wird es dann wie gesagt auch ein eigenes Tutorial geben und das gibt es im Grunde auch hier. Das andere wie gesagt ist einfach um die Standardsachen zu verändern, da ihr im Minecraft-Ordner, das hier ist dann wirklich um eigene Sachen reinzufügen. Ja hier in den eigenen Sachen, da haben wir dann auch teilweise noch andere Sachen, da haben wir hier nämlich Functions einmal. Ja was sind denn Functions jetzt schon wieder? Das ist im Grunde, ihr könnt eine Function-Datei schreiben, da kommen dann verschiedene Befehle rein, also sowas, was ihr auch im Befehlsblock eingibt. Und dann werden die quasi alle, die da drin stehen, nacheinander ausgeführt. Das ist quasi, da schreibt ihr so ein ganzes Programm. Und dann könnt ihr in einem Befehlsblock auch einfach SESCH-FUNCTION und dann die entsprechende Funktionen eingeben und dann wird diese Funktion ausgeführt. Das bedeutet, ihr müsst da nicht immer eine ganze Befehlskette im Befehlsblock eingeben, sondern ihr sagt hier einfach, diese Funktion soll ausgeführt werden und dann macht ihr alle Befehle, die in der Funktion sind, einfach per Knopfdruck. Und sowas in der Art. Ihr könnt auch die Functions machen, dass die dann automatisch laufen mit jedem Tick und irgendwie ein paar anderen Standardvariablen gibt es das auch noch. Da könnt ihr jedenfalls die Functions definieren, die dann so im Spiel ablaufen sollen immer in der entsprechenden Welt, in der ihr dieses Datenpack drin habt. Ja, was haben wir noch für Ordner? Wir haben Item Modifiers, dazu sei gesagt, die Item Modifiers, die gibt es in der 1.16 noch gar nicht, aber die sind in der 1.17 drin. Deswegen habe ich sie jetzt auch schon mal hier reingenommen. Item Modifiers ist, ihr könnt mit der 1.17 könnt ihr quasi Items, Custom Loot Tables und was nicht alles geben mit einem Befehl. Also, dass dieses Item dann auch noch abweicht von dem, was das Item normalerweise an Loot Table hat. Da könnt ihr eine Custom Loot Table in das Item reinpacken und die werden dann entsprechend hier in diesem Item Modifiers untergebracht. Diese Custom Loot Tables und was nicht alles, was so ein Item dann halt hat. Das jetzt nur so grob hier erklärt. Da werde ich dann entsprechend natürlich auch drauf eingehen in dem entsprechenden Video nochmal. Ja, was haben wir als nächstes noch? Wir haben Predicates. Predicates ist im Grunde sowas, was ihr im Befehl zurück irgendwie, um irgendwas zu selektieren, eingebt. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel sagt hier irgendwie Add E und dann Type irgendwas, dann ist der Type so ein Prädikat und da gibt es dann entsprechend, da könnt ihr jetzt eigene Prädikate einfügen, also irgendwie alle Items, die diese und jene Eigenschaft erfüllen, soll dieser Befehlsblock da erkennen und das könnt ihr dann in diesem Prädikat da so eingeben, dass es jetzt mal ganz grob das erklärt. Das werde, da werde ich auch wie gesagt auch ausführlicher drauf eingehen, weil man das jetzt so schnell gar nicht alles erklären kann. Ja, Structures haben wir hier auch noch. Das ist dann im Grunde das, was in einem Structure Block, also diese komischen Blöcke, wo ihr einen Knopf drückt und dann wird ein Gebäude gesetzt. Die Dinger, die damit geladen werden, die könnt ihr da in diesen Structures Ordner reinpacken. Das ist eigentlich ganz praktisch, diese Funktion. Also das ist auch das, womit die Waldvillen generiert werden im Spiel selber. Ich gehe mal davon aus, dass diese Structures, da habe ich mich gar nicht so weiter mit befasst, dass man die auch in der World Generation irgendwie einsetzen kann hier, aber wie gesagt, da muss ich mich selbst nochmal mit befassen und da werde ich dann im entsprechenden Tutorial auch drauf eingehen. und ich glaube, damit haben wir jetzt diese gesamte Ordnerstruktur hier erklärt auch. Das Einzige, was es jetzt noch zu sagen gibt, ist, wie kriegt man das Ganze denn eigentlich ins Spiel? Ja, um das ins Spiel zu kriegen, da habe ich hier jetzt mal meine Displaywelt, da ihr könnt nämlich so ein Datenpack, das wird per Welt installiert, das wird nicht irgendwo global installiert, sondern ihr macht da wirklich per Welt. Da geht ihr in den Weltspeicherordner, wo ihr hier an den kommt, das sollte da eigentlich mittlerweile jeder wissen oder es geht auch irgendwie über das Spiel, da gibt es auch einen Knopf, um da hinzukommen. Jedenfalls, da macht ihr hier so einen Datapacks-Ordner rein und da habe ich hier zum Beispiel mein LP-Pack drin. Das LP-Pack, das ist einfach so ein Datenpack, was ich mir mal irgendwann für das Display erstellt habe. Ja, und im Spiel darf er äußerst sich das Ganze damit, dass ihr dann hier irgendwie mit Slash-Data, ja gut, das klappt jetzt natürlich nicht, weil ich hier Befehle ausgeschaltet habe auf der Welt, das ist natürlich immer ganz unpraktisch, aber prinzipiell könnt ihr hier Slash-Data-Pack-List machen, wenn die Befehle denn aktiviert sind und dann seht ihr hier einmal Vanilla ist natürlich ein Pack drin und da haben wir das LP-Pack hier in dem Fall auch drin. Wenn ihr das Pack, das könnt ihr auch während die Welt gerade geladen ist, also wenn ihr das dann währenddessen in diesen Datapacks-Ordner reinpackt, dann könnt ihr auch hier mit Slash-Resort könnt ihr die Datenpacks auch aktualisieren. Ja, und ihr könnt sie auch mit Datapack-Enable oder Disable könnt ihr sie auch an- oder ausschalten. Ja, das ist im Grunde, was man da im Spiel machen kann und ich glaube, damit belasse ich es auch jetzt erstmal, weil ich glaube, wir haben jetzt einen relativ guten Überblick darüber bekommen, was in diesem Datapack so alles an Ordnern drin sind und dann werde ich in entsprechenden Tutorials dann demnächst darauf eingehen, was denn in diesen Ordnern alles so gemacht werden kann. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.